Tel-Sheikh Hamid, auch Tel-Sheikh Hamid, das assyrische Dur-Kat-Lim-U, ist ein Siedlungshügel im Nordosten Syriens. Den Schwerpunkt der Ausgrabungen der antiken Stadt im ehemaligen Nordmesopotamien bilden palastartige Gebäudekomplexe der Mittel- und Neu-Assyrischen. Zeit vom 13. bis zum 6. Jahrhundert v. CHR Lage Tel-Sheikh Hamid liegt auf einer Kaukstein-Terrasse am Ostufer des unteren Schabur, der etwa 60 km südlich in den Euphrat mündet. Von der Hauptstraße zwischen dem 65 km südlich gelegenen DIR-LSOR und Al-Hazaka ist die am östlichen Flussufer entlangführende Nebenstrecke über eine, von Tel-Sheikh Hamid ausgesehene, 20 km südlich oder eine 10 km im Norden den Schabur über Querendebrücke erreichbar. Unmittelbar beim Ausgrabungsgelände liegt die Streusiedlung Garibé, das moderne Dorf Cheikh Hamid befindet sich 5 km weiter nördlich. Beide Orte wurden erst im 20. Jahrhundert von nomadisierenden Viehzüchtern gegründet, die hier sisshaft geworden sind. Die damaligen klimatischen Verhältnisse sind Pollenanalysen zufolge mit den heutigen vergleichbar. Tel-Sheikh Hamid erhält weniger als die für Regenfeldbau mindestens erforderliche Niederschlagsmenge von 250 mm und war deshalb zur Ernährungssicherung auf künstliche Bewässerung angewiesen, die zur assyrischen Zeit über einen parallel im Osten des Tschabur verlaufenden Kanal ermöglicht wurde. Der Fluss meandert auf seinem Unterlauf in einem 1 km breiten Bereich mit fruchtbaren alovialen Böden. Die Flusebene ist durch eine erste Steilstufe von der Wüstensteppe abgegrenzt. Hier war Bewässerungsfeldbau möglich und wurde mit einem streng organisierten Wirtschaftssystem durchgeführt. Oberhalb dieser Stufe konnte halb nomadische Viehzucht betrieben werden. 2 Wadesmünde nahe der Stadt in den Tschabur Geschichte Älteste Siedlungsreste datieren in das Ende des 4. Jahrtausends v. chr. Im Bereich der Zitadelle Im 2. Jahrtausend entwickelte sich der Ort Richtung Osten zu einer Stadt, die eventuell mit dem aus altbabylonischen Fällen bekannten Dur-Egelim identisch ist. In Mittel- und Neu-Assyrischer sowie in spätbabylonischer Zeit hatte die Stadt ihre größte Bedeutung. Die 1978 bis 1983 auf dem Zitadellenhügel ausgegrabenen mittelassyrischen Schrifttafeln identifizieren den Ort als den mittelassyrischen Stadthaltersitz Dur-Kadlimu in der Chasirah-Region. Er wurde vermutlich von König Sulmanu Assaredi mit der Anlage eines Tempels für den Stadtgott Salmanu gegründet. Im 13. Jahrhundert war die Stadt ein Provinzzentrum und der Sitz eines Großvesiers. In Neu-Assyrischer Zeit ab dem 9. Jahrhundert v. chr. wurde die Stadt vergrößert und die Unterstadt 2 angelegt. Ab dem 8. Jahrhundert hatte Dur-Kadlimu eine Funktion als Garnisonsstadt. Die gestiegene Bedeutung wird in der Anlage von Palastgebäuden und Residenzen deutlich. Dieser Stadtteil war im 6. Jahrhundert in der spätbabylonischen Zeit weiterhin besiedelt. Zu der Zeit lebten eine große Zahl Aramäer in der Stadt, die ihr den zweiten aramäischen Namen Magdalou gaben. Obwohl die Stadt unter babylonischer Herrschaft stand, bildeten die Assyrer weiterhin die Elite. In der Perserzeit verlor der Ort an Bedeutung, vom 6. bis zum 4. Jahrhundert war die Unterstadt nur noch teilweise bewohnt. Die Hauptsiedlung lag in pathisch-römischer Zeit im Bereich der Unterstadt i und der Zitadelle. Im 2. Jahrhundert v. chr. breitete sich über der Unterstadt zwar ein pathisches Gräberfeld aus. Die meisten Grabbeigaben stammen aus der mittelpathischen Zeit, also um 70 v. chr. bis 70 n. chr. Danach und bis zur Aufgabe des Gräberfeldes im 3. Jahrhundert gab es kaum noch Grabbeigaben. Es gab vermutlich eine Siedlungskontinuität der Stadt Magdalou, deren Namen zu römisch Magdala abgewandelt wurde, bis ins 3. Jahrhundert n. chr. Zu dieser Zeit stimmt die besiedelte Fläche wieder weitgehend mit der des 2. Jahrtausends v. chr. Überein, wie Grabungsschnitte am Zitadellenhügel belegen. Stadtbild Höchste Erhebung ist der Zitadellenhügel im Süden der Stadt, der vom Flussufer 25 m ansteigt. Dort befand sich am Westhang ein 200 m² großer Palast aus mittelassyrischer Zeit. Fundort des mittelassyrischen Archivs des 13. Jahrhunderts v. chr. Eventuell war es der Palast des Großwesiers ans Ur-Iding. In seleukidischer und frühpatischer Zeit stand an dieser Stelle das Haus 5, ebenfalls ein palastartiges Gebäude. Die funktionale Kontinuität endet erst mit Haus 4, ein einfacheres Wohnhaus, das in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. chr. errichtet wurde. Die Ruinenfunde eines etwa 10 Hektar großen Bereichs unmittelbar östlich werden als Unterstadt-I bezeichnet. Die neuassyrische Wohnstadt aus dem 6. Jahrhundert, die mittlere Unterstadt 2, wurde 200 m nordwestlich ausgegraben. Auf 35 Hektar lebten hier etwa 7500 Menschen. Weitere 200 m in derselben Richtung bildet, am weitesten vom Fluss entfernt. Die neuassyrische Palastresidenz mit 12.000 m² Grundfläche, die Nordostecke der antiken Stadt. Im Osten an der Grenze zum Ackerland wurde die Stadtmauer erkannt und teilweise freigelegt. Außerhalb davon gab es Vorstädte. Dur-Kat-Limu war in neuassyrischer Zeit die größte Siedlung am Unterlauf des Tshabor. In mittelassyrischer Zeit umfasste das Stadtgebiet nur etwa 25 Hektar. Ab dem 9. Jahrhundert erfolgte eine Stadterweiterung. Die größte Ausdehnung während der neuassyrischen, babylonischen Zeit betrug insgesamt etwa 110 Hektar. Die vier Kilometer lange und drei Meter dicke Außenmauer aus dem 8. und 7. Jahrhundert umschloss ein etwa 60 Hektar großes Gebiet. Außerhalb lagen dünn besiedelte Stadtteile oder Dörfer. Der heute markanteste Gebäudekomplex der gesamten Stadtsanlage liegt in der Unterstadt 2. Die Verwaltungs- und Residenzstadt war durch breite Straßen und freie Plätze großzügig strukturiert. Dort wurden neuassyrische palastartige Gebäude aus dem 8. und 7. Jahrhundert vollständig ausgegraben. In Raum B fand man Wandmalereien mit Pflanzen und Tieren. Etwas nordwestlich und teilweise über dem neuassyrischen Gebäudekomplex wurde das in die Zeit nach dem Untergang des Assyrischen Reiches datierte. Rote Haus mit 5400 Quadratmeter Grundfläche errichtet. Laut auf dem Fußboden gefundenen assyrischen Keilschrifttexten mit den Jahreszahlen der Regierungsjahre 2 und 5 von König Nebukadnezar II. muss das Haus in der Zeit des Neu-Babylonischen Reiches bewohnt gewesen sein. Der Name rührt von einigen rot bemalten Innenwänden im Westflügel her. Die drei Flügel des Roten Hauses erfüllten unterschiedliche Funktionen. Der Nordflügel diente als Lager- und Wirtschaftsbereich. Er war über einen Empfangssaal mit dem repräsentativen Ostflügel verbunden. Der Westflügel wird als Wohnbereich angesehen, Treppenhäuser deuten an, dass sich zumindest über einigen Räumen ein zweites Stockwerk befand. Das Gebäude wurde durch einen Brand zerstört. Die bereits zuvor teilweise restaurierten Lehmziegelmauern werden derzeit auf eine Höhe von bis zu zwei Meter wieder aufgebaut. Das im Hof des Westflügels aufgefundene originale Ziegelpflaster wurde entfernt, die Fläche eingeebnet und mit neuem Ziegelpflaster belegt. Die Arbeiten gehen über eine Konservierung des Bestandes hinaus und haben die Präsentation der Anlage für den Tourismus zum Ziel. Forschungsgeschichte 1879 kam bei Bauarbeiten zufällig das Bruchstück einer Stähle von Adatnerari III. Zum Vorschein Die Ergebnisse einer darauffolgenden Untersuchung durch Hormus Drassam sind nicht bekannt. Max von Oppenheim 1911 und Max Müllaun 1934 besuchten den Tell. Eine systematische Flächenerkundung fand erst 1975 durch ein Forschungsprojekt der Universität Tübingen statt. Zufällig fanden Dorfbewohner 1977 einige Tontafeln mit mittelassyrischer Keilschrift, worauf ein Jahr später die ersten Ausgrabungen begannen. Bis 1984 wurde an der Stelle der Tontafelfunde die Unterstadt II ausgegraben. Ein zweiter Arbeitsabschnitt, der die Struktur der gesamten Wohnstadt erkennbar machen sollte, dauerte bis 1987. Nach einer Unterbrechung wurden die Untersuchungen 1990 fortgesetzt. Das Rote Haus wurde 1993 bis 1998 freigelegt. Die Grabungen finden seit 1978 unter der Leitung von Hartmut Kühne statt, der seit 1980 eine Professur an der Freien Universität Berlin innehat. Ein Team seiner Studenten praktiziert jedes Jahr in den Semesterferien während der Sommermonate. In einem Gebäude fand man 1998 eine Sammlung von 550 arkadischen Texten und Fragmenten in Keilschrift und 40 Texte in aramäischer Schrift. Beide Sprachen, sowie Babylonisch und Phönizisch wurden zur selben Zeit verwendet. Es handelt sich um das Privatarchiv einer hochgestellten Leibwache des Königs Asserb-Meipel. Bis 2004 wurden 25.000 Quadratmeter Fläche der Unterstadt II ergraben. Anstelle der erwarteten Wohngebäude fand man einige repräsentative Bauten und palastähnliche Strukturen, über denen sich ein parterzeitliches Gräberfeld befand. 800 Gräber konnten identifiziert und 500 davon freigelegt werden. Zur Lage der Wohnbereiche für die einfache Bevölkerung gibt es bisher nur Anhaltspunkte, die sich aus einer von 1999 bis 2003 durchgeführten geomagnetischen Prospektion von weiteren 40 Hektar Fläche ergaben. 15.000 Quadratmeter dólar